So, da wir gerade versagt haben, müssen wir, wie es aussieht, die ganze Quest noch mal machen. Dann tun wir das halt. Ja, dann müssen wir uns das halt auch noch mal kurz anbauen. Kann man ja leicht sagen. Die Zuberung wäre kein Problem, aber der Verlust von Viselektra ist ein Versagen, das auf keinen Fall ungesühnt bleiben darf, oder? Rico Rodriguez ist also zurückgekehrt, geboren in demselben Feuer, aus dem heraus sich meine Macht entwickelt hat. Schon bald wird die Welt das ganze Ausmaß meiner Macht erkennen. Durch Rodriguez erhalte ich die Gelegenheit, sie zu demonstrieren. Vielleicht sollte ich ihn motivieren. Die wunderschöne Stadt Costa del Porto. Brennt sie nieder und wenn er kommt, um dieses unwichtige Städtchen zu beschützen... Entschuldigung. Tötet seinen Freund. Jede seiner Aktionen wird eine schreckliche Reaktion von uns nach sich ziehen. Und dann wird die empfindliche Flamme der Revolution erlöschen, so wie sie es immer in der Geschichte getan hat. Benutzt die Panzer. Benutzt die Panzer. ieso. Alter. warum zu dem mann sie waren dass sie schießen drauf los und spielen krieg sie brennen unsere häuser nicht auf was er sagt wir müssen das tun ich hatte keine wahl aber ich werde es nicht vergessen die panzer gehören mir du gehst in die stadt mario du kriegst sie auf einem silbertablett so dann holen muss man die patzer ich mache mich auf den weg in die stadt dafür wird die ravella bezahlen die stadt die 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 Ich geh mir halt nicht auf den Sack, oder? So, ich tue das. Na, kommt noch wer. Gut, das war's dann hier. Okay, da haben wir keine Beziehung, oder? Dann lag doch hier gerade irgendwo... So war's rum. Rico, ich hab hier ein Problem! Over! Die Ravellos-Truppen haben uns hier festgenagelt! Du musst uns helfen! Ja, würde ich ja gerne, wenn man hier nicht überall an diesem Scheiß hängenbleiben würde. Ja, ich auch. Ja, komm, wir pack dich. Da, Benrico! Fallschirm-Springer! Na, halt, na! Ja. Wo sind die anderen? Sie haben sie alle getötet, diese Bastardos! Wir müssen dich hier wegschaffen. Ich habe die Rebellen um Hilfe gebeten, aber da draußen sind zu viele von die Ravellos-Soldaten. Ich fürchte, sie sind alle tot, Rico! Das Bergungsteam wartet vor Gerilla! Kommt sonst noch wer? Schafft Mario hier weg! Ich gebe euch Deckung! Zielpersonen-Fleet! Nehme Verfolgung aus! Scheiße! Verstärkung! Geht das! Los, los, los! So, schauen wir mal, ob wir uns diesmal besser anstellen. Hoffentlich zumindest mal. Mach dich bereit! B reconnect! 확 ist nicht... Anja, NOmeter! Das sah ganz gut auspis jetzt! WER Start! ...Tゲys! Die apartments sind heute. Ich oderue! Alle? Da ist eine Militärbasis, die werden Jagd auf uns machen. Wir müssen ihre Verstärkung aufhalten, over. Die Basis hetzt uns Panzer an den Hals, wenn wir nichts unternehmen, Rico. Ihr müsst nur über die Brücke. Der Truck, Rico! Der Truck! Wir sind gleich da! Gib Gas los, sie kommen! Mann, die Ravello hat es echt auf uns abgesehen, Amico. All die Menschen in Costa del Porto. Dafür wird die Ravello bezahlen, Rico. Da kommen sie wieder. Wir sind gleich da! Halt sie uns vom Leib! Wir kümmern uns um die Kanonen! Du übernimmst die Straße! Sie sind überall! Das regt mich jedes Mal so auf. Ich weiß nicht. Ach, wir haben es geschafft, glaube ich. Aber eigentlich hätten wir es, glaube ich, so nicht geschafft. Das wäre ein Abteil. Was für ein Desaster. Errungenschaft. Die Mission abgeklassen. Eine schreckliche Reaktion. Man, bin ich gut. Rico, hörst du mich, Ombre? Ich hab hier ein kleines Problem. Große Sache. Äh, könntest du, äh, vorbeikommen? Ich schick dir meine Koordinaten. Komm so schnell du kannst, Kumpel! Er hatte keine Chance. Oh, nein! 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 Wollt ihr das wirklich durchziehen? Toll, Clint! Unterstützung ist unterwegs und müsste in Kürze bei euch sein. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Aus dem Weg! So, jetzt hat er ein Scheißponsor. Okay. Du hast die zivilist? Ja. Die Lage ist eskaliert. Zusätzliche Einheiten sind unterwegs. Los, findet den Rebellen. Er darf nicht entkommen. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. So, und reiß ich jetzt erstmal hier die Hütte hier weg, ja. Na, wirst du wohl jetzt. Hör das Rumholen auf. Versuche deine Stütze zu befreien. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Hm? Ich glaube nicht, dass wir Freunde sind, äh. Das ist gar nicht wahr. Ich bin überhaupt nicht auf der Flucht, äh. Warte, hier auf mich. Zurück zur Tagesordnung. Ziel ist entkommen. So. So. Hier. Das ist gefehlt. ist das schon alles was ihr drauf hat er scheint mehr zu sein als ich gerade abwechslung ist gut er ist hier auch so ich bin so was von bereit so gemeine stadt damit hätten wir das nicht auch erlebt so wie werden wir denn schon wiegelflug 1 und 5 das war euer räumungsbescheid gut dann hätten wir irgendwo hier muss schon wieder so ein ding sein die drei sterne von general die rm durch den stolzen bullen der revolution ersetzt kämpft weiter brüder und schwestern ups entschuldigung war keine absicht hier ist weniger na komm beweg dich wo ist es denn nicht identifizieren wird sein soll vielleicht da oben hier ist es auch nichts das ist dann hier 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 Nee, auch. Das muss doch irgendwie sein. Ja, hier wird es wieder weniger. Ach, dann... Das muss doch irgendwo hier sein. Oh, er tat. 27. Gefreiter Bonnet, ein annehmbarer Soldat, schmeichelt sich bei mir ein, weil er hofft, er könnte in meinem Windschatten Karriere machen. Es stimmt schon, meine zukünftige rechte Hand sollte ganz unten mit mir anfangen. Das erweckt den Schein von Ebenbürtigkeit. Allerdings eignet sich Bonnet wohl eher als Opferlamm, wenn die Zeit reif ist. Das ist ein Dampfbolze. Wir haben ein neues Fahrzeug. Mit Empfehlung des Generals. Kannst du es unversehrt zum Übergabepunkt fahren? Äh, ja. Theoretisch. Wo muss es denn hin? Durch diese Anziegelung. Deswegen kann ich auch noch keinen Wegpunkt haben. Ob wir den Schwamm da rüberkriegen. Äh, hier scheint mir eher so eine Prunkschanze zu sein. Ich glaube, ich fahre nicht richtig. Los, findet den Rebellen. Er darf nicht entkommen. Ich muss gerade echt nicht zerrissen. Ich muss gerade drüben rechts über die Brücke. Leere Plätze, die Blumen strahlen. Hallo, Schwamm. Ich bin stolz, ich bin entspannt. An alle Einheiten findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass ich hier richtig bin. Ich bin stolz, 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 ich Nicht durch die Straße laufen. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Die Brücke ist gar nicht da. Kein guter Plan. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Da war keine Brücke. Das ist voll gemein. Ich möchte ein Auto hinbringen, wenn es da keine Brücke gibt. Das war voll gemein. So. Ich glaube, wir machen uns trotzdem jetzt hier. Das erste Teil hier. Warte mal. Irgendwann. Ne, ich mach's anderes. Ich hole mal. An alle Einheiten. Zielperson ist entkommen. Haltet die Augen offen. Ach, Krunk. So. Okay, das war's für dich. So. 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 Die Zentrale, das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Alle Einheiten zurück auf ihre Posten. Der Rebell ist entkommen. Schwerer Fehler, Jungs. Alle Einheiten. Klare Anzeichen von Gewaltausschreitungen. Fadenkreuz bin ich manchmal zu sehen. So, Gefefebüßt. Keine Ahnung. Ja, super. Ich bin hier. Der Nächste, bitte. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Nachbombom So, damit gehört die Stadt auch uns. Die Garage des Ortes ist jetzt gekürt. Und jetzt haben wir hier die Lagunenzügrung. Die nächste Kerbe in meinem Haken. du hast halt hier Es gibt aufregende Neuigkeiten, Brüder und Schwestern, Rico Rodríguez und die Kämpfer der Rebellion haben Laguna del Sol befreit und der Stütz die Revolution, wo ihr könnt, meine Freunde. Schirröken, wassit? Bringen wir es hinter uns. Ja, komm schon. Du hättest im Bett bleiben sollen. Ja, hättest du. Nicht gut, nicht gut. Feinkontakt. Alle Einheiten zu diesen Koordinaten. Sofort. Na. Verdammt, warum schmeißt du auch, wenn ich dich dran kleben will? Das ist jedes Mal etwas, was ich nicht verstehe. Das ist jedes Mal.